1 2 3 4 Alpha wir haben Sichtkontakt zu Rusalca Verstanden Jerky1 Nähern uns Mason übernehmen Formation beibehalten Wir nähern uns im Zahlensender Und damit herzlich willkommen zu Call of Duty Black Ops. Wir müssen die Landezone sichern. 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 Sorry. Scheiße! Scheiße! Dragovich beginnt mit der Übertragung. Kommando, hier Alpha 1. Wir haben die Rosalka als Übertragungsquelle bestätigt. Starten Sie den Luftangriff. Wir verschwinden hier. Nicht jetzt. Wir müssen Dragovich finden. In weniger als 15 Minuten wird die US Navy hier alles in die Luft jagen. Vor fünf Jahren in Baikonur habe ich schon mal nicht den Tod verifiziert. Und die Gehirnwäsche haben Sie sicher hinter sich? Fühlt das eine Rolle? Das Schwein muss sterben. Ein für alle Mal. Raus hier, Reaver. Wir bringen es zu Ende. Erb. Erb. Atmava. Sehen Sie die Bojen? Sie übertragen von der Oberfläche aus. Darum konnten wir die Sendestation nie finden. Das Gebäude unter uns. Es ist mehr als nur ein Sender. Es ist eine Versorgungsstation für die russische U-Boot-Stand. Ein Teil von Dragovichs Invasionsplan, nach dem das Nova 6 eingesetzt wurde. Auch interessant, nur für U-Boote sowas zu errichten. Und da können wir rein. Und da können wir rein. Also hin auch für ein Bult. Und da stir46, nur für Angriff, die Stievous fürs Erkennen und die Stabilisation macaronieren. Oder von dem infekt wird die Stabil Parliamentär verbessern. So. holy shit oh leil sorry oh hat sie das besucht oh 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 ja ich bin nebenher auf teamspeak oh ja So, kurz Niko Bescheck gegeben. Go, 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 go. So, kurz Niko Bescheck gegeben. 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 Au. So. So. So, kurz Niko Bescheck gegeben. So, kurz Niko Bescheck gegeben. Alles klar. Oh, das wird eng. Das wird eng. Oha, wie tief sind wir denn bitte? Dass die Ohren so ne Tiefe aushalten. Niko Bescheck gegeben. Leute. Black Screen. Ernsthaft? Ach man. Wie kann man so joken? Ja, verdammt. Ich darf halt nicht raus tappen. Gut, wir machen das kurz anders. Das kommt kurz weg. Bildschirmaufnahme. Ja, danke. So. Fuck. Ich habe halt nicht drauf gedacht, es ist ähnlich wie passiert. Wir haben den Dude getötet. Müsstet ihr gehört haben. Wir haben versucht zu flüchten. Jetzt sind wir hier. Richtig. Boah, die Mucke, Alter. Die ballert richtig, Mann. Bruder. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sit! Amen. Wie es aussieht, haben wir die Story abgeschlossen. Ein bisschen zurücklehnen. Eieieieiei. Ach ja. Somit haben wir ein weiteres COD durchgespielt. Ja. Das können wir überspringen. Das ist Zombie-Modus. Zombie-Modus werde ich von BO1 nicht auf den Channel bringen. Energie kritisch. Hauptsache. Sie sterben. Auf die heuteste Reise beginnt mit einem Schritt. Also mach endlich jemand das Licht an. Oh, ich lass mich gleich mal kurz sterben. Ja. Nicht, dass die letzte Mission dann nicht zählt. Hallo Zombies. Will ich mich auch schlagen? Oder will ich nur dahinter stehen? Danke. Ja. Ja. Energie kritisch. Ja. Das war Call of Duty Black Ops 1. Ich bedanke mich fürs zu sehen. Ich bedanke mich fürs zu sehen. Morgen gehts weiter mit Call of Duty Black Ops 2. Mit Abstand. Meiner Meinung nach. Knapp behalten. Mit Abstand. Das Lieblings Black Ops Spiel. Für mich zumindest. Viele sagen Black Ops 1 ist das beste. Black Ops 1 ist auch geil. Bäh. Erstmal nächste. Was ist los? Ja. Morgen gehts auf jeden Fall weiter mit Curve Duty Black Ops 2. Jetzt halt die Klappe. Mann. Lass mich ausreiten. Auf jeden Fall. Guckt gerne in die Beschreibung. Twitter und Twitch verlinkt. Twitter. Um auf den Laufenden zu bleiben. Twitch wenn ich live gehe. Jeden Freitag und Samstag. Gegen 21 Uhr. Vielleicht ein bisschen früher. Vielleicht ein bisschen später. Geht immer bis Open End. Wenn ich mal nicht live gehen sollte. Wäre ich das eventuell auch auf Twitch posten. Ja. Twitch sei schon auf Twitter. Ja. Da gerne auch folgen. Ist freiwillig. Ihr müsst halt nicht. Eure Entscheidung. Ich würd's freuen wenn ihr bei Twitch vorbeischauen würdet. Ja. Passiert recht viel lustiger Stuff immer. Freitags und Samstags. Und Donnerstags bin ich immer live. Auf YouTube. Wegen Forza Horizon 4. Jetzt halt die Klappe da oben du Vogel. So. Auf jeden Fall. Habt einen schönen Tag noch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Anhaltend. Aus. Aus. Vielen Dank.